Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 442. Mein Name ist René, außerdem heute Mitarbeiter Herr Marvin. Hallo. Und der Duke. Ja, servus, hallo. Und das war's auch schon, die anderen sind terminlich verhindert, beziehungsweise sind im Auftrag der Fußballberichterstattung unterwegs. Wir wollten aber trotzdem hier heute aufnehmen, ganz normal, und uns ein bisschen mit Testspielen, Gerüchten und natürlich einem Ausblick auf den DFB-Pokal beschäftigen, weil am Wochenende ist ja tatsächlich das erste Pflichtspiel in die Saison, ich bin schon ganz hippelig mit dem Gedanken da drauf. Aber wir müssen natürlich als erstes drüber sprechen, über Marvins steile Kommentatorenkarriere. Oh Gott, sehr gut, ja. Doch, ganz großes Thema. Wie Marvin ja letzte Woche schon angekündigt hat, lief das letzte Testspiel der Eintracht gegen Saint-Étienne am Wochenende auch in der hessenschau. Ich habe das natürlich live bei der hessenschau geguckt, weil wo sollte man auf Fußball sonst live gucken, wenn nicht dort. So ist das. Und der liebe Marvin durfte kommentieren und sogar noch so ein bisschen, ja, wie nennt man das, Halbzeitberichterstattung machen? Ja, tatsächlich. War großartig. Wie war so das erste Mal tatsächlich auf so einem Kommentatorenstuhl in so einem Stadion? Also was mir tatsächlich ein bisschen mehr gefallen hat, beziehungsweise wo ich mich selbst im Endeffekt besser fand, war wahrscheinlich in den Halbzeitpausen und danach, also in der Halbzeitpause und danach fand ich eigentlich total so total unproblematisch. Das war echt cool. Wo ich mich natürlich erst noch ein bisschen reinfallen musste, da merkst du natürlich, dass ich da noch kein absoluter Profi bin beim ersten Mal. Kennen wir alle tatsächlich, ja. Erstmal noch kein Profi sein. Oh wow. Wir haben erst halb neun und schon so dumme Sprüche. Nee, aber im Endeffekt, da musst du mich so ein bisschen einfinden. Ich meine, der Sebastian hat ja auch gut durchmoderiert und da habe ich dann immer mal ein bisschen was gesagt. Wir haben uns aber vorher nicht abgestimmt. Aber wirklich war es cool. Ich fand es mega lustig. Und natürlich, wie man das halt so kennt, wenn ich dann einmal dabei bin, würde ich das am liebsten noch viel öfter machen. Weil es macht Spaß. Es ist eine coole Angelegenheit. Es war wunderbar. Und jetzt mal wieder bitte weg von mir zu gehen, sondern hin ins Stadion und im Stadion mal wieder wirklich echte Leute zu sehen. Und 10.000 Eindeutschfans, die dann schön am Jubeln sind. Das war schon schön. Das war schon wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Das wäre tatsächlich meine zweite Frage gewesen, da du ja live von uns dreien derjenige warst, der live da im Stadion war. Wie war es denn so atmosphärisch? Ich meine, gut, es sind nur 10.000 und wir sind es normalerweise gewöhnt bei solchen Heimspielen, dass dann da quasi die Erde bebt, weil so viele Menschen da drin sind. Aber macht das, also ich fand am Telefon, am Fernseher fand ich, es hat schon einen enormen Unterschied gemacht. Wie war das so atmosphärisch für dich da, diese Menschen zu erleben? Ja, du sagst, das ist krass, ehrlich gesagt. Also es waren 10.000 Menschen, eigentlich könnte man fast sagen nur. Aber da wir das in der letzten Zeit ja gar nicht mehr gewohnt waren, wirklich überhaupt nicht mehr gewohnt waren. Also jetzt von Eintracht Spielen, klar, Europameisterschaft, okay, das ist nochmal was anderes. Aber wir waren es ja von der Eintracht jetzt erstmal nicht mehr gewohnt. Und da muss ich sagen, selbst 10.000 Leute in diesem geilen Rund, also da merkst du auch, welche Atmosphäre das machen kann. Und das war schon, also gerade so am Anfang, als wirklich gut mir viel gesungen wurde, habe ich ja echt das Gefühl gehabt, okay, geil, das sind 10.000, das ist ja unfassbar. Wenn der Laden irgendwann mal wieder mit 50 Leuten, äh, 50.000. Mit 50 Leuten. Oh, 50, 60. Nee, mit 50.000 Leuten brummt, das ist nicht zu fassen. Ich hoffe, dass es bald so kommt, aber allein diese 10.000, das war schon ein richtiger Schritt. Und wenn dann mal irgendwann mal vielleicht auch mal die Ultras wieder am Start sind, dann geht es aber richtig rund. Na gut, bis Ultras, glaube ich, dann wieder da sind, da muss schon, glaube ich, mehr passieren. Da gibt es ja nach wie vor immer noch die Variante mit alle oder keiner. Also ich glaube, dass das vermutlich eher noch ein bisschen hin sein wird. Aber ich glaube, trotzdem allein schon da diese Stimmung wieder zu haben. Dass es sich ein bisschen mehr auch für den Fernsehzuschauer wieder so nach Fußball anfühlt. Also ich... Macht unglaublich Lust auf mehr, oder? Macht definitiv was aus. Also so wie wir im vergangenen Jahr oder ich im vergangenen Jahr gemerkt habe, dass so Fußballspiele, man guckt sie zwar, aber man ist halt auch sehr schnell mit den Gedanken halt irgendwie dann weg, weil so ein bisschen atmosphärisch was fehlt. Fand ich schon, dass das enorm was ausgemacht hat. Auch wenn ich immer auch mit so einem, ja, mit so ein bisschen Bauchkrummeln immer noch dabei bin. Zum einen, weil mir so viele Menschenmassen, weil man das, glaube ich, nach anderthalb Jahren auch so stark verlernt hat, ich da so ein bisschen, ja, vorsichtig bin oder so ungewohnt ist. Und auf der anderen Seite, weil ich halt einfach auch sehr viele Leute kenne, die halt in dieser Eventbranche sind, wo halt ja konsequent irgendwie gar nichts geht und ich das dann so ein bisschen merkwürdig finde, dass da halt immer noch so, ja, Vorzugsbehandlung, will ich jetzt nicht sagen, aber einfach mehr Lobbyarbeit dort passiert als an anderer Stelle. Das ist immer so ein bisschen... Also ich glaube, es ist natürlich wichtig, dass das, was für die Eintracht, beziehungsweise für den Fußball vorgeschaltet wird, dass das sich natürlich auf andere Bereiche ausdehnt. Denn wir haben jetzt beim Eintracht-Podcast reden wir jetzt zum ersten Mal drüber, Fußball 2000 haben wir am Montag jetzt mal drüber geredet, wie es halt auch ist, ob es vielleicht eine Ausstrahlungswirkung hat. Ich glaube, das wäre ganz sinnvoll. Klar, muss auch da weitergehen tatsächlich. Also vollkommen richtig. Ich habe mich jetzt erst mal über die 10.000 gefreut. Und Dennis, du hast auch gesagt, du hast gesehen, du hast gehört und auch für dich war das nochmal eine ganz andere Atmosphäre. Auf jeden Fall, auch gerade, du hast ja schon richtig, du hast sehr schön uns mitgenommen und auch in der Halbzeitpause beziehungsweise nach dem Spiel, das ist schon, das macht richtig Lust auf mehr. Es ist so, was, ja, Christian war ja so lieb, hat uns da im Endeffekt angeboten, noch ja eventuell Karten mit ins Stadion zu gehen. Das hat ja leider nicht geklappt, aber das ist natürlich was, riesige Lust. Es war wirklich wieder, wir kommen halt, es wirkt halt einfach ein bisschen mehr nach Normalität. Das ist so, dass alle, wir sehen uns doch alle danach und dementsprechend muss man wirklich sagen, eine tolle Sache, dass man jetzt einfach mal wieder anfängt, dass die Saison auch langsam wieder anfängt. Es ist jetzt das letzte Testspiel und so weiter. Wir werden da sicherlich nochmal genauer jetzt aufs Testspiel auch zu sprechen kommen. Aber ich habe richtig Lust und wenn dann noch die Fans dabei sind und die Stimmung und René, du hast schon gesagt, selbst im Fernsehen macht es einen Riesenunterschied. Nein, also wirklich, ich hoffe einfach, dass wir so schnell wie möglich zum, ja, dazu kommen, dass wir einfach wieder irgendwann die Party zusammen im Stadion feiern können. Ja, das wäre auf jeden Fall was. Aber dann lassen wir uns auch tatsächlich mal so ein bisschen mehr auf das Spielerische auch gucken. Ich meine, Marvin hat ja quasi als Profi-Kommentator wahrscheinlich jetzt eine kurze Zusammenfassung vorbereitet. Nein, Spaß. Ja, kann ich dir geben, kein Problem. Ja, wir wissen, wie das ist, wenn du kurze Zusammenfassungen gibst. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ein paar Stunden. Ich glaube, ich kann es auch echt auf wenige Punkte zusammenfassen. Also ich glaube, jeder, der gesehen hat, hat gemerkt, dass die erste Halbzeit sehr dynamisch war, dass die Eintracht wirklich gut im Spiel war, Bock hatte. Du hast mit Boree zum Ende der ersten Mal einen Stürmer, den ich jetzt in Haut und, ja, in Haut und Farbe, könnte man fast sagen, gesehen habe. Und das war grandios. Also Boree ist wirklich gut gestartet, war bissig, wollte in jeden Ball, hat sich über Situationen ein bisschen geärgert, wenn er nicht so final abgeschlossen hat, wie er sich das gewünscht hat. Hat aber auch viele Bälle erobert, fand ich. Also gerade in diesem Anlaufen, in diesem Pressing, wie er dann da halt auch sich den Ball wirklich an der Außenrand vom Sechzehner da den Körper rein stellt. Und er ist ja jetzt wirklich nicht groß, aber trotzdem wuchtig, fand ich schon sehr beeindruckend. Auf jeden Fall, ging mir ganz genauso, war sehr wuchtig, wollte, also wirklich gut, hat mir extrem gut gefallen. Wir können gerade in der ersten Halbzeit, hat ja auch ein bisschen länger gespielt, Christopher Lenz da noch hinzufügen. Ja, den habe ich auch mal, der Lenz da. Ja, auch der, wahrscheinlich das allererste Spiel machen wird, das allererstes Pflichtspiel für die Eintracht, dann am kommenden Wochenende, genau, er muss, natürlich wird es andere Optionen geben, aber wer macht das schon? Ich meine, er ist ja nicht als jemand gekommen, der dann irgendwie noch weiter Backup ist, der wird auf jeden Fall spielen, hat sich mit dem Tor eingeführt. Also auch das war sehr, sehr gut. Also das waren so die positiven Punkte. Da muss ich auch sagen, das hat mich auch durchaus sehr beruhigt, gerade jetzt auch mit dem Blick zum Beispiel auf so eine Situation wie im DFB-Pokal, wo wir ja gleich auch nochmal im Detail ein bisschen drauf schauen, wo Kostic ja immer noch gesperrt ist, seit anderthalb Jahren, immer noch Folge von diesem Foul an Toprak, wo er ja die vier Spiele Sperre bekommen hat. Was ist das eine absurde Scheiße? Wirklich. Das ist ja wirklich völlig ganger, ja. Aber für mich hat es wirklich beruhigt zu wissen, dass wir jetzt sowohl mit Zuber, der ja bei der EM, da hatten wir ja letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen, so gute Leistungen gebracht hat, da jemanden zu haben, aber auch mit Lenz, der ja auch nochmal diese Defensiv-Kapazitäten an dieser Stelle noch mehr mitbringt, hat mich das sehr beruhigt zu sehen, dass wir da zwei gute Ersatzleute haben. Vielleicht jetzt nicht für so eine komplette Saison, aber einfach da Leute haben, die da spielen können und damit auch, wenn wir wirklich vielleicht eher mal auf ein System mit einer Viererkette gehen müssen, da halt auch wirklich für die linke Seite jemanden haben, bei dem ich mir keine Gedanken mache, wenn der da steht. Ja, bin ich vollkommen bei dir. Völlig richtig. Fand ich extrem, extrem gut. Der Leistungsabfall, René, das passt ja genau dazu. Du hast dich wieder an der Position gestärkt, wo einfach der Leistungsabfall enorm ist, wenn da ein Kostic eben mal wirklich nicht spielen kann. Nee, da muss ich wirklich sagen, haben wir uns mal gut aufgestellt, aber sicherlich auch, und das kommt ja auch dann dazu, wart ihr denn überrascht mit der Aufstellung, wie sie dann am Anfang, da war gut Kostic und Lenz war ja, man hat ja sowohl, Marvin, wir hatten ja auch schon mal geschrieben gehabt, Kostic war ja sowohl, glaube ich, wegen dieser Geschichte DFB-Pokal als auch angeblich ein bisschen erkältet. Genau, er war wohl irgendwie so ein bisschen angeschlagen, aber hat ja dann trotzdem noch gespielt später. Genau, genau. Also ich glaube, es war natürlich auf jeden Fall angedacht, dass er halt erstmal Lenz spielt, eben weil das natürlich auch so ist, dass Lenz auch nochmal gesehen werden wollte, beziehungsweise der Trainer wollte ihn nochmal sehen und er hat seine Chance genutzt, das heißt also dem sonntäglichen, dem nächstwöchigen Auftritt steht nichts entgegen. Ich wollte zur Boree gerade noch eine Sache ergänzen, man darf natürlich jetzt auch an der Stelle nicht vergessen und da bin ich mir nicht sicher, inwieweit das jetzt vielleicht Vorteil oder Nachteil für uns ist, der ist ja quasi noch vollkommen in der Spielpraxis drin, der hat ja mit Kolumbien die Copa America jetzt gespielt, der ist jetzt seit einer Woche im Training, ich fand es extrem begeisternswert, wie schnell er sich auch in dieses Mannschaftsgefüge innerhalb dieser wenigen Tage, die er jetzt da ist, trainieren konnte, tatsächlich auch eingehen. Aber das zeigt natürlich auch, er ist jetzt quasi noch, wie habt ihr das, kommentatorentechnisch am Wochenende genannt, voll im Saft. Aber dadurch merkst du natürlich auch oder könnte ich mir vorstellen, ihm fehlt halt dann jetzt auch die entsprechende Pause, also der wird jetzt nicht von Anfang an irgendwie diese 34 Spieltage da irgendwie durchreißen können, weil da ist halt jetzt einfach auch wenig Regenerationszeit für den Kerl da gewesen. Also da müssen wir halt auch gucken, wie man das dann kompensiert und da Belastungssteuerung ist, glaube ich, das richtige Wort betreibt, beziehungsweise ob das nicht vielleicht dann auch so ein Thema ist, vielleicht auf dieser Stürmerposition nochmal nachzulegen. Ja, definitiv. Also ich glaube, wir werden über diese Stürmerposition noch ein bisschen öfter reden und auch wenn ich, finde ich so interessant, das habe ich auch in den Kommentaren in den letzten Tagen immer mal wieder gelesen, dass dann immer wieder gesagt wird, ja, was redet ihr denn die ganze Zeit über Stürmer, da passiert nichts mehr, wenn ein Patient es ja nicht geht. Leute, wartet ab, da wird noch was passieren und das hat schon einen Hintergrund, warum wir darüber reden, das ist nicht einfach nur gewescht, sondern es ist auch das, was auf jeden Fall ein Glasner ja selber sagt, dementsprechend, wie groß die Schritte sein werden, ob wir, wir werden gleich über potenzielle Neuzugänge vielleicht nochmal ganz kurz sprechen, aber wie groß ist es, das müssen wir sehen, aber wir sehen jetzt ja auch in den potenziellen Abgängen, über die wir auch gleich noch sprechen, dass sich da vieles tut und dass viele wahrscheinlich wirklich nicht jetzt gerade für die erste Mannschaft geplant sind, weiter verdienen werden, dementsprechend wird es da einen Wechsel geben, aber Boré, und das ist ganz, ganz wichtig, hat sich am Samstag extrem gut eingefühlt und eine Art und Weise, die ich so nicht gesehen hätte und er wird, ehrlich gesagt, mir total sympathisch mit seiner Aggressivität, so ein kleiner Mini-Rebic. Ja, fand ich auch so, von den Anleihen her passt das ganz gut, aber wie gesagt, ich glaube, er passt auch spielerisch ganz gut zur Mannschaft, ich habe das Gefühl, er passt auch spielerisch durchaus zu dem, was Glasner auch sehen will, eben auch mit diesem frühen Anlaufen, mit diesem Pressing, da ist er glaube ich auch ein guter Mann dafür und ist ja auch nicht nur so, dass er quasi da vorne steht und wartet, bis er die Bälle bekommt, sondern du hast ja auch ganz oft gesehen, dass er sich dann ein bisschen zurückfallen lässt, dann ja auch zwischenzeitlich mal eher so hinter Younes und Kamada war und auch dann im Mittelfeld sich Bälle geholt hat, also der ist einfach auch sehr agil und unbetriebig und das passt schon irgendwie ganz gut da rein, also es hat mich sehr gefreut. Gleichfalls, auf jeden Fall, wie war das denn für euch, die Situation, dass Barcock im Endeffekt Startelf gespielt hat, statt Younes oder vielleicht auch noch jemand anderes, den ihr euch da hättet vorstellen können, war das, hat ja, ihr habt wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, oder? Boah, es war ein Testspiel, also ich weiß nicht, ob man das da jetzt irgendwie so festmachen kann, ich meine, klar, es ist das letzte Testspiel, bevor du im Pokal spielst, also sehr wahrscheinlich eigentlich, dass man dann mit der, mit der Elf spielt, die man dann auch in diesem Spiel einsetzen will, um da nochmal irgendwie so ein bisschen Abstimmung zu haben, nochmal tatsächlich auch zu testen, ob man da die richtige Auswahl getroffen hat, wobei ich nicht glaube, dass Barcock derjenige ist, der dann da am Wochenende spielt. Boah, aber ansonsten, so richtig überrascht hat es mich jetzt nicht, ich meine, Mavi, du hast dich bestimmt anders auf das Spiel vorbereitet, war es für dich überraschend? Insofern nicht, weil ich mir schon gedacht habe, dass halt Glasner Barcock nochmal sehen will und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass Glasner ja schon in einer gewissen Art und Weise ein bisschen Narren an ihm gefressen hat, an Barcock, weil er merkt, da ist irgendwas, da ist irgendwas, was interessant ist und das stimmt ja. Wir sehen das ja bei Barcock auch, dass er neben seiner Art und Weise, dass er ein paar Bälle zu schnell vertändelt, irgendwie dieses, dieses Unbestimmte, dieses geile Potenzial hat und genau das sieht wahrscheinlich auch Glasner und wollte ihm dementsprechend nochmal die Einsatzzeit geben, um ihn nochmal zu sehen, dass ein Kamada-Stand jetzt absolut gesetzt ist, nach der, nach den letzten Jahren ist ganz klar, aber Barcock kann halt immer mal so eine Option sein. Wir sehen, dass beispielsweise Lindström noch nicht hundertprozentig fit war, dementsprechend hat er jetzt nicht gespielt. Yunus, haben wir eben schon drüber gesprochen, ist in der 62. Minute dann reingekommen und hat dann auch nochmal ein paar Akzente gesetzt, aber das war schon wichtig, dass Barcock mal gespielt hat und ich finde, man merkt das, aber er muss das halt noch weiter kultivieren, wenn er eine Chance haben will, gegen die Konkurrenz, die halt echt ordentlich ist. Ja, definitiv. Ich glaube, das passt ganz gut, was Marvin da gesagt hat. Von daher würde ich sagen, jetzt nicht überraschend und jetzt einfach mal gucken, was das dann tatsächlich jetzt auch für seine Zukunft bedeutet. Ja, weitere Sachen, die ich wirklich noch mitnehmen kann von diesem Testspiel, wir müssen natürlich Testspiele immer so ein bisschen, ja, in abgeschwächter Form an Relevanz besehen, da muss ich trotzdem aber sagen, was mir erneut gut gefallen hat, und er hat wieder gespielt, ist der Hüri Leinen, also der junge Finne. Das ist natürlich schon beeindruckend, in diesen jungen Jahren auch erneut in einem Testspiel zu zeigen, dass er durchaus präsent ist, also er ist nicht einfach nur mitgelaufen, sondern hat schon in seinen 15, ja, roundabout 15 Minuten hier bekommen, hat ein bisschen Akzente gesetzt, beispielsweise ein Patienzer, der ja für Borek kam, war wesentlich weniger auffällig. Patienzer wird es extrem schwer haben, in dieser Saison irgendwie an Spielzeit zu kommen. Das ist schon schwierig. Ja, das glaube ich auch, deswegen ist auch irgendwie Patienzer auf meiner, seit letzter Woche auf der Liste der potenziellen Abgänge wieder so ein bisschen nach oben gewandert, also ich glaube tatsächlich nicht. Aber wohin, das ist auch die Frage. Ja, das ist halt tatsächlich das Thema, aber ich glaube auch, dass er das erkannt hat und spätestens, wenn er wirklich auf dieser Position nochmal nachgelegt wird, dann wird er sich schon recht im Klaren sein, dass er da wenig Spielzeit bekommt. Und dann wird er wahrscheinlich eher an einen anderen Verein gehen oder vielleicht nochmal irgendwie verliehen werden, mal gucken. Ja, es ist halt schwierig. Für mich tut es, also mir tut es leid und auch irgendwie ein bisschen weh, weil Patienzer ist kein unrechter Typ. Nee, ich glaube auch, dass er in der Mannschaft für gute Stimmung sorgt. Der ist auch immer lustig, der sorgt da auch einfach, wie gesagt, für gute Stimmung. Und ich glaube auch nicht, dass der jetzt in der Kabine sitzt und großartig stänkert, aber der hat natürlich auch andere Erwartungshaltungen und will halt auch spielen. Also, das ist es. Er würde ganz gerne spielen. Und da muss man sehen, ob das noch irgendwie zusammenpasst. Ich glaube, die Chancen sind echt wenig und sind sehr gering. Aber wie gesagt, ich lasse mich überraschen. Vielleicht findet man aber auch für ihn noch einen Verein. Aber Marvin, dazu, ihr habt es richtig gesagt, du musst dann natürlich nachlegen. Du kannst jetzt nicht sagen, ich lasse Patienzer jetzt auch noch ziehen und lege gar nicht nach. Dann glaube ich, da muss ich tatsächlich sagen, dann brauchst du ihn, denn die Spiele, ich weiß gar nicht, René, du hast es, glaube ich, vorhin so schön gesagt, die 34 Spiele wird Boré nicht durchspielen können. Durch DFB-Pokal, durch Euroleague und so weiter. Hoffentlich, hoffentlich, aber deutlich mehr. Ich weiß, was du meinst natürlich mit der Bundesliga, 34 Spieltage und so weiter. Die ganzen Wochen hast du völlig recht. Aber wir hoffen ja alle darauf, dass wir deutlich mehr Spiele machen statt 34 in dieser Saison. Und dann muss auch entsprechend der Kader so sein, dass du eben Spieler hast, die nicht nur zum Auffüllen da sind. Da sehe ich das schon so Patienzer problematisch. Aber wenn du dann nicht mal die Spieler hast, die zumindest ein Potenzial haben und auch eine gewisse Körperlichkeit, eine gewisse Klasse auch schon gezeigt haben in anderen Bereichen. Patienzer vor seinem Wechsel war ja nicht, dass wir sagen, das war jetzt die absolute Graubunde. Oh Gott, oh Gott, mit dem kannst du gar nichts anfangen. Er passt aber halt einfach aktuell nicht mehr zu den Ansprüchen, die wir haben. Aber besser in Patienzer, als dass du vorne dann wirklich einen Leerraum hast, den du dann nicht mehr füllen kannst und eventuell Systeme nicht mehr spielen kannst, die, denke ich, in der Saison wichtig werden. Ich kann dich aber beruhigen, Dennis, an der Stelle. Wir machen mindestens 41 Spiele. Das ist schon mal klar, weil wir haben auf jeden Fall die sechs Gruppenspiele aus der Euroleague und das eine Pokalspiel, die dazukommen. Und wenn wir uns nicht total blöd anstellen, kommen da auch mehr Sicherheit noch ein paar Spiele mit dazu. Also von daher kann ich dich an der Stelle schon mal beruhigen. Das ist schon mal sehr gut. Genau. Aber am Ende ist ein Testspiel ein Testspiel. Die Eintracht hat gewonnen. Ist natürlich, glaube ich, auch am Ende nicht mehr so ganz Vollgas gegangen, weil man ja jetzt dann auch ins erste Pflichtspiel rein startet und man da jetzt auch, glaube ich, unnötige Verletzungen noch vermeiden will. Aber es war, glaube ich, so alles in allem ein schönes Erlebnis mit Zuschauern, mit Marvin als Kommentator und auch mit Erkenntnissen in der Halbzeitpause, muss man ja auch dazu sagen. Ihr hattet ja in der Halbzeitpause den Herrn Grösche und ich glaube nach dem Spiel Oliver Glasner nochmal zum Gespräch. Und da ist ja eine Sache gesagt worden, die, glaube ich, allen Eintracht-Fans Millionen von Steinen hat vom Herzen rollen lassen, nämlich die klare Aussage oder die sehr deutliche Bekenntnis oder Glaube dazu, dass Kostic bleiben wird. Und ich glaube, Grösche hatte irgendwie gesagt so, ja, sieben von zehn und Glasner war noch ein bisschen höher. Also es sieht momentan tatsächlich gut aus, dass Kostic bleibt, oder? Auf jeden Fall. Also in dieser Deutlichkeit hätte ich das ehrlich gesagt nicht erwartet, aber es war extrem deutlich. Es war extrem deutlich, dass es so war, dass nicht nur Glasner, Glasner sogar noch klarer, Glasner hat ja auf einer Skala gesagt, ja, also neun bis zehn würde er davon ausgehen. Und das ist natürlich eine krasse Nummer. Also auch Grösche, der gesagt hat, ja, also auf jeden Fall eine Acht, dass Kostic bleibt. Wir hatten ja davor schon bei Bobic mitbekommen, dass er gesagt hat, ja, an der Sache mit der Hertha, da wird nix und Kostic, das wird nix. Da sind wir schon die ersten Steine vom Herzen runtergefallen, ja, wo ich gedacht habe, okay, sehr, sehr gut. Und jetzt nochmal diese deutliche Aussage zu hören, es sieht alles danach aus, als würde Kostic vielleicht sogar eher verlängern. Was natürlich auch sehr großartig wäre, ja. Das Wichtige war eigentlich, der Trainer, und das ist genau der Punkt, der Trainer rechnet jetzt schon eigentlich 100 Prozent mit ihm. Er hat den Kader, wird den auf jeden Fall auch entsprechend in seinem System berücksichtigen. Wäre ja auch total verrückt, wenn er es nicht mal wird bei Kostic. Aber du hast richtig gesagt, genau bei Grösche ist eigentlich der Punkt, warum sagt er nicht 100 Prozent? Weil es im Endeffekt im Fußball ja alles gibt. Wenn jetzt hier das absolute Mega-Angebot kurz vor Schluss noch reinkommt und du im Endeffekt dich dumm und dämlich mit Kostic verdienen kannst, ich glaube, dann werden selbst der Eintracht und auch Grösche die Hände gebunden. Und dann müsste er sagen, okay, Leute, wir müssen ihn ziehen lassen, das Angebot ist einfach viel zu gut. Und trotzdem mit der Deutlichkeit, ihr habt es richtig gesagt, die Leute haben sich gerade eingeführt. Und ich glaube, hier will keiner die Fehler machen, die hier in der letzten Saison teilweise mit schwierigen Aussagen gemacht wurden, gleich im ersten, noch vor der Saison eigentlich dann so anzufangen. Also ich denke auch, dass wir uns hier hoffentlich auf eine schöne Kostic-Zeit freuen können. Und wenn es natürlich noch zu einer Verlängerung reichen würde, wäre auch dieser ganze Druck weg. Du kannst ihn, den Kostic, nicht nur, dass er bei uns spielt, sondern er hat ja eigentlich das über die ganzen Saisons jetzt immer wieder wieder gezeigt und wieder gezeigt und wieder gezeigt. Das heißt, wenn er natürlich jetzt noch ein, zwei Saisons bei uns spielt und danach noch zu einem guten Preis nochmals weiterzieht, vielleicht noch eine größere Station anläuft, dann wäre das doch genial für alle, für alle Beteiligten eigentlich. Deshalb, ich hoffe auch drauf. Ja, fand ich auf jeden Fall sehr gut und beruhigt auf jeden Fall. Ich glaube fast, wenn, also natürlich, der Vibe war ja erst ganz anders. Und der Vibe war für mich erst so, naja, vielleicht geht Kostic ja wirklich nach der vergangenen Saison. Er hat ja auch wieder gut gespielt, sein Marktwert ist relativ hoch. Er ist in einer der souveränsten Spiele. Aber mittlerweile, hey, am Ende kann ich mir vorstellen, dass der vielleicht wirklich bei der Eintracht bleibt. Also es ist nicht unwahrscheinlich, wichtig ist, dass die Personalie zumindest sehr, sehr gut aussieht. Ja, das definitiv. Ich glaube tatsächlich, dass für ihn da auch dieses Heimatgefühl, was er da jetzt hat und eben die Atmosphäre und das Drumherum halt auch nochmal viel ausmacht. Oder wir haben auch zumindest jetzt die Gewissheit, wenn sich sowohl Krösche als auch Glasner da so, ich will jetzt nicht sagen aus dem Fenster lehnen, aber zumindest so deutlich zu äußern, dass wenn da tatsächlich noch was passieren sollte, dass dann tatsächlich, wie Dennis gesagt hat, nur gegen extrem hohe Gebote dann auch passieren wird. Was ja vielleicht auch zwar nicht so schön ist, aber zumindest den Schmerz dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen kurzfristig lindert. Dann gab es natürlich noch so ein paar andere Gerüchte oder ein paar Thematiken an dem Spiel, beziehungsweise die sich jetzt vor kurzem ergeben haben. Salazar war bei dem Spiel tatsächlich nicht dabei, sondern war freigestellt für Vertragsverhandlungen, Gespräche, Laie mit Kaufoptionen steht im Raum und es scheint tatsächlich auch relativ fix zu sein. Und ich glaube Schalke ist so der Verein, der da jetzt gerade irgendwie so auf dieser Liste steht, ist natürlich auf der einen Seite nachvollziehbar, weil er jetzt vielleicht auch nicht so wahnsinnig viel Spielpraxis bekommen hat, aber noch ein sehr junger Spieler ist, wo man auch sagt, okay, der muss jetzt einfach irgendwie spielen. Auf der anderen Seite, er war ja schon verliehen nach St. Pauli in der letzten Saison, hat da auch ordentlich performt und hat jetzt trotzdem wieder keine Chance, also sowohl auf der einen Seite für den Kader so eine klare Aussage, dass einfach viel Stärke da ist, auf der anderen Seite finde ich es immer so ein bisschen schade, dass man so einen jungen Spieler hat, der eigentlich gezeigt hat, so ey, ich kann noch eine Nummer drauflegen, ich bin eigentlich ein geiler Kicker und dann trotzdem da irgendwie keine Chance bekommt. Also schwierige Situation. Marvin, du bist doch da unser Spezialist. Wie siehst du das Thema denn? Ich finde es halt schade. Also ich muss sagen, ich hatte in den Vorbereitungsspielen, wir reden immer zu Recht darüber, den mangelnden Wert, aber selbst in diesen Spielen zumindest, beziehungsweise zumindest in diesen Spielen, ist mir halt doch wieder aufgefallen, dass es ein Spieler ist, der seine sehr, sehr gute Saison, die er hatte bei St. Pauli, vielleicht auch hier hätte bestätigen können. Natürlich auf einem ganz anderen Niveau, aber die Konkurrenz ist halt groß. Ehrlich gesagt, mir tut es ein bisschen weh, weil ich schon gedacht hätte, also mit dieser Aggressivität und trotzdem einer interessanten, guten Ballbehandlung könnte er dem defensiven Mittelfeld gut tun, aber wir sehen offenbar, dass Glasner für ihn andere Kandidaten im Plan hatte, also die er weiter vorne sieht. Und dann wird es halt einfach problematisch. Das heißt, selbst ein Ilsanke hat er weiter vorne gesehen, wie auch ein Rustic, der ja jetzt wegen Corona gefehlt hat. Also auch der ist vor ihm, da sind ganz, ganz viele. Und dann hast du noch die Stammriege mit dem Sebastian Rode, mit dem Gipelso. Ja, dann wird es für ihn vielleicht wirklich schwierig. Und natürlich ist aber auch so, dass Schalke eine Bombennummer ist, zwar Zweitligist, aber wer bringt Schalke mit der zweiten Liga in Verbindung? Wenn der jetzt ein Jahr da gut performt und dementsprechend vielleicht mit denen aufsteigt, könnte das ja auch für seine Karriere nochmal ein ordentlicher Booster sein. Vielleicht hat er da einfach mehr Einsatzchancen. Das kann ich mir zumindest sehr gut vorstellen, denn die Latza dort ist jetzt dauerverletzt. Das heißt, er würde vielleicht sogar genau in diese Position rücken. Und dann erster, zweiter defensiven Mittelfeldspieler zu sein im Vergleich zu sich hier bei uns anstellen. In dieser Phase der Progression kann ich mir das schon gut vorstellen. Und dann muss man sagen, ist vielleicht auch für den Spieler die beste Entscheidung. Es ist ja erstmal eine Laie, was so im Gespräch war. Kaufoptionen. Es ist interessant, René, weil du das sagst. Wir hatten kurz bevor der Sendung, hatte ein Kollege noch was geschickt gehabt hier aus einem, ich würde sagen, Bildartikel. Das ist ja angeblich, ja, es sind ja doch oft sehr, sehr gut informiert und es ja wohl um ein Jahr Laie geht mit einer verpflichtenden Kaufoption. Ja, aber wir wissen ja alle, wie das läuft. Wir verleihen einen Spieler an Schalke, da steht eine fixe Ablöse drin und am Ende der Saison steigt Schalke ab und wir kriegen wieder keine Kohle. Das läuft doch in dem Fall wieder genauso. Aber ich finde es interessant, was Dennis sagt, weil es ist nämlich genau das, weil am Anfang wurde fälschlicherweise behauptet, es würde sich um eine Laie und dann mit anschließender Kaufoption von einer Million handeln. Und wo wir dann auch schon gesagt haben, jo Leute, so wird es nicht laufen. Dennis, du sagst, genau, Dennis, du sagst jetzt, das heißt, es wäre dann im Endeffekt, ich hatte den Artikel nicht gelesen, deswegen haue ich da nochmal nach. Das heißt, es gibt eine egal liegenunabhängige Verpflichtungssituation? Offensichtlich für die erste und zweite Liga Summe, die insgesamt zwei, zwischen zwei und zweieinhalb Millionen dann, also Leihgebühr inklusive Plus Ablöse. Also so diese, der Bereich soll das sein. Das heißt, wir sind natürlich hier, ich weiß nicht, Salazar, Leihgebühr wahrscheinlich sonst so um die 500.000. Das heißt, wir sind ein bisschen weg von der einen Million, viel höher ist es nicht geworden. Was aber interessant war, war, dass wir wohl eine Rückkaufoption uns gesichert haben und an einem möglichen Weiterverkauf beteiligt wären. Was ja auch schon mal nicht so verkehrt ist. Das sind viele interessante Punkte, ob das dann alles, ihr habt es schon richtig gesagt, immer mit Vorsicht zu genießen. Das kam jetzt hier kurz, kurz bevor wir die Sendung angemacht haben, war das hier noch eine Nachricht, die reinkam. Da habe ich nur kurz überflogen auch, aber es klang natürlich, klingt interessant. Ich muss sagen, es ist tatsächlich alles ganz anders, als ich es vorher gehört hatte. Marvin, ich bin gar genau wie bei dir, okay, jetzt wird geliehen und dann wird eventuell für eine Million gekauft. Was ist denn das für ein komisches Konstrukt? Du schaffst dir natürlich eventuell jetzt sofort da mit Liquidität. Ich weiß nicht, ob das dann erst nach dem Jahr gezahlt werden muss oder ob die Summe tatsächlich jetzt schon ein bisschen in größerer Summe zu uns fließt. Mit den Rückkaufoptionen ist ja immer die Frage, und das ist ja eigentlich das Schöne, wie entwickelt er sich und wie hoch ist die Rückkaufsumme? Das steht natürlich hier nicht drin. Ja, muss man gucken. Mit Beteiligung an Weiterverkäufen kann es ja auch immer gehen. Man hat sich ja dann zumindest irgendwie so ein bisschen die Optionen offen gehalten. Zum einen sieht man halt eben, wie der Spieler performt. Zum anderen gibt es eben die fixe Verpflichtung. Und man hätte halt zumindest, solange er bei Schalke ist, ja dann noch die Option, wenn er wirklich total überperformt, zu sagen, nee, wir kriegen den wieder zurück für einen fixen Betrag. Also du hast ja zumindest ein bisschen Material und Thema, mit dem du planen kannst. Also es ist ja erst mal nicht so verkehrt. Klingt nach einem relativ dicken Vertrag, ja. Mit viel hin und her. Ne, mal schauen. Keine Ahnung. Also das war jetzt so das Letzte. Wäre an sich, denke ich, gar nicht der schlechteste Deal, den sie hätten machen können. Ja und er kriegt mit Sicherheit Spielpraxis und Schalke ist jetzt auch, wenn sie jetzt mal ein Jahr in der zweiten Liga sind, definitiv keine schlechte Adresse. Ja. Ne, wie gesagt, es ist, ja, ich glaube vielleicht ist es für ihn mit Hinblick darauf, dass Danny Lanza verletzt, dass da vielleicht eine Vakanz für ihn da ist. Eine Option, die extrem cool ist. Mir tut es trotzdem leid, weil ich ihn, weil ich natürlich auch immer so ein bisschen Progress sehen will. Ist ja klar, dass ich auch sehen will, dass jemand, Makoto Hasebe ist 37, natürlich steht er von allem vor, vor einem Salazar. Aber das Potenzial muss ja da sein. Natürlich ist Stefan Ilsanker mit den Jahren Erfahrung auch vor ihm. Aber wo ist das Potenzial, bitte? Ja, aber du hast halt auch so, da sind wir wieder bei dem Punkt, er braucht Spielpraxis und dann hast du, okay, vielleicht einen Hasebe, der nicht jedes Spiel macht und einen Ilse, der auch vielleicht eher so Goldbackup ist. Aber dann hast du halt einen Soho, einen Rode, der ja jetzt Kapitän ist, wo wir ja auch gleich nochmal drüber sprechen. Du hast einen Rustic, den wir in den Testspielen auch gesehen haben, wo du sagst, der will vielleicht auf der einen oder anderen Situation da spielen. Dann weißt du auch wieder nicht, ob wir permanent mit eben den zwei Sechsern spielen oder ob wir nicht auch ein bisschen in dem System wechseln. Also einfach die Aussicht, dass er da viel Spielpraxis bekommen würde, auch bei vielen Spielen, ist halt auch nicht so gigantisch groß. Ja, also es ist, es ist nicht so gigantisch groß und das ist halt wirklich ein Hauptproblem. Wie gesagt, ich glaube, man kommt nicht drum hinweg zu sagen, dass das verständlich ist und ich glaube, wir müssen noch einen weiteren Aspekt mit reinnehmen. Dennis, wir hatten es ja auch, glaube ich, schon im Chat mal, da ist ja auch durchaus was möglich, dass im defensiven Mittelfeld halt vielleicht sogar noch jemand geholt wird, wenn ein bisschen zu viel Geld da ist. Ja, gut, man muss schauen. Das ist natürlich, da blicken wir natürlich jetzt überhaupt nicht durch, inwieweit die Planungen da schon sehr, sehr weit fortgeschritten sind. Denn du sagst es, wenn jetzt noch jemand im Endeffekt ihm vor die Nase gesetzt wird, er hat klar, bei Pauli hat er souverän, er hat das gespielt, er kennt die zweite Liga, muss man ja auch ganz klar dann sagen. Das sind alles wichtige Punkte, die jetzt hier ihm den Umstieg, es ist halt schon nochmal ein Riesensprung und der Kader, es sind eben auch Positionen, die essentiell wichtig sind. Wir wissen alle, wie es wehtut, wenn im Endeffekt der Motor in einem System nicht funktioniert und Salazar, ja, offensichtlich ist das eine Nummer, die der Trainer mal nicht eingehen möchte. Und ja, wer dann auch immer, Marvin, an wen, ich bin mir jetzt gar nicht mehr sicher, wer ist da eventuell gerüchtet? Wir hatten zuletzt über Kevron Thuram gesprochen, der in Frankreich, relativ junger Athlet, einer der Söhne von Lillian Thuram, also das wäre natürlich eine Option, da gab es ja auch mal Gespräche, also ich kann mir das dementsprechend vorstellen, wir warten ab, aber alles Gute auf jeden Fall für Salazar, dieser Deal scheint sich wirklich jetzt zu bestätigen. Ja, also es sieht sehr fix aus. Eine zweite Laie, die sich anbahnt, da hatten wir ja auch letzte Woche doch drüber gesprochen, ist der Punkt, dass Ackmann, Ali Ackmann, heute nicht im Training war, sondern tatsächlich für Gespräche, auch für eine Laie freigestellt war. Da hatten wir ja auch letzte Woche schon drüber gesprochen, dass er ja auch relativ jung ist und einfach auch Spielpraxis benötigt und da auch so ein bisschen die Frage war, ob er die in angemessener oder benötigter Zeit bei uns bekommt. Also das scheint tatsächlich jetzt auch so ein Thema zu sein, dass man ihn vielleicht jetzt nochmal für ein Jahr verleiht, um auch so ein bisschen zu sehen, wie er sich dann jetzt in höheren Ligen vielleicht durchsetzt hat, hat er bislang nur in der zweiten türkischen Liga gespielt, also ich weiß nicht, gab es da schon konkrete Vereine? Ich hatte jetzt nichts gesehen, was da im Gespräch war oder was man gerüchtet hat, Dennis, du als alter Bild-Zeitungsleser? Ja, ich muss tatsächlich sagen, ich habe auch von den Klubs her gar nichts gelesen, ich war auch eher, muss ich sagen, überrascht, dass es jetzt doch schon so deutlich ist. Also klar, die Saison fängt jetzt fast an, es muss jetzt langsam was passieren, trotzdem ist das was, ich hätte gedacht, Ali Ackmann könnte tatsächlich, weil er eben diese Mittelstürmerposition und so weiter auch erfüllen kann, dass er erstmal bleibt. Ist für mich eher ein Indiz dafür, dass Marvin recht hat und da noch einen hoffentlichen Kracher kommt auf der Offensive. Ich würde auch ein bisschen dafür sprechen, gerade wenn du jetzt auch sagst, oder wenn wir jetzt auch vorhin darüber gesprochen haben, dass Pacienza vielleicht tatsächlich jemand ist, der auch Bestrebungen hat, nochmal zu wechseln, weil er mehr Spielzeit bekommt, dann musst du definitiv da nachlegen, weil sonst wird es auf der Position langsam echt dünn. Ja, ist krass, also ich muss echt sagen, Ali Ackmann auch ebenfalls jemand, der im Training, was ich jetzt öfter gucke, mir echt gut gefallen hat. Ist natürlich schon ganz cool, wenn das immer übertragen wird, kann man sich das so relaxed einfach mal angucken. Wie gesagt, ich bin immer noch absoluter Fan, ich habe echt gedacht, dass die Wuseligkeit uns helfen kann, wenn es aber jetzt erneut diese Möglichkeit gibt. Wir sehen ja, der ja in Joveljic, das zieht sich alles ein bisschen hin, der Deal finalisiert sich aber in den nächsten Tagen mit Los Angeles davon, das auszugehen, dass Joveljic weg ist. Wir haben eben über die Chancen theoretischerweise von Pacienza gesprochen, jetzt muss man natürlich aufpassen, dass es nicht ganz so dünn da vorne wird. Ali Ackmann, na klar, wenn der zu einem guten Zweitligisten oder zu einem ersten Ligisten in andere Ligen geht, dann wäre das auch klasse. So ein Deal wie beispielsweise Joveljic letztes Jahr mit 19, ist Ali Ackmann gerade jetzt vielleicht wirklich nach Österreich geht und dort, was weiß ich, ein paar Tore schießt, dann kann das sehr, sehr gut sein. Dann müsste ich nur die Frage stellen, wie du gerade gesagt hast, was machen wir sonst auf der Position. Und Ache, der sehr, sehr gut performt hat bei Olympia, der müsste halt die Einsatzzeit bald bekommen, wenn er wieder fit ist. Genau, das sind halt so die logischen Konsequenzen und wie gesagt, da würde dann definitiv noch was passieren, davon gehe ich fast aus. Weil man, wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, Gonzalo Pacienza hat sich in den Zeiten, in denen er jetzt gespielt hat, bei uns in den letzten paar Wochen nicht wirklich angeboten. Ja, das ist leider richtig. Ja, und ich muss ein bisschen auf die Tube drücken, weil wir haben noch ein paar Themen auf der Liste und wollten heute nicht ganz so lange machen, aber wir müssen natürlich über ein ganz wichtiges Thema noch sprechen, um jetzt hier mal aus der Transferthematik wieder so ein bisschen rauszukommen. Wir haben einen neuen Kapitän in der Mannschaft. Seppelrode ist neuer Kapitän, Hinti und Hasebe sind Schelfvertretende oder Vizekapitäne, falls das das richtige Wörterng ist. Also ich habe mich sehr für ihn gefreut. Ich glaube, er ist da eine gute Wahl. Ich halte ihn nach wie vor, oder wir hatten ja auch letztens schon darüber gesprochen, er ist für mich eine ganz große Integrationsfigur in diesem Kader und mit Hinti als Backup können wir davon ausgehen, und er hatte das ja bei Fußball 2000 auch besprochen, dass Hinti wahrscheinlich diese Binde auch relativ oft tragen wird, weil bei Rode auch immer so die Frage mit Verletzungen und so weiter ist, inwieweit er da viele Spiele absolvieren wird. Aber ich glaube, tatsächlich mit den drei Personen eine exzellente Wahl getroffen, oder seht ihr das anders? Dennis? Ja, gerne. Also ich muss sagen, Rode, ich hätte tatsächlich eher Hinti vorne gesehen, gerade aus den Gründen, die du ansprichst. Das ist für mich derjenige, der hier die meisten Spiele machen wird, der auch, ja, es ist immer die Frage von der Position her. Ja, viele sagen ja, ein Torwart oder Abwehrspieler ist vielleicht nicht so, sondern vielleicht sogar noch mehr in der Zentrale. Da ist natürlich Rode unglaublich gut besetzt. Es ist aber natürlich mehr als eben nur dieses im Spiel, sondern es geht wohl noch auch, ja, hat ja immer die Situation auch Kabine, Fürsprecher, Bindeglied und so weiter. Und ich denke, dass Rode das auf jeden Fall sehr, sehr gut macht. Und dieses Dreiergespann gefällt mir super gut. Jetzt, wie gesagt, ich hätte tatsächlich eher sogar gedacht, Hinti macht das vielleicht, das Rennen hier. Aber bin völlig zufrieden und ja, eigentlich ist das so mein Take zu der Thematik, weil das einzige Problem ist, dass Rode doch immer häufiger mal nicht spielen kann oder gerade bei der Anzahl an Spielen, René, du hast es ja schon gesagt, das werden ja hoffentlich weit über 40 werden. Ja, da ist natürlich immer die Frage, aber da hast du natürlich, dafür hast du ja die Vizeleute. Ich würde sagen, du hast doch mit Hinti und mit Hasebe gute Backups, die, glaube ich, genauso ein Standing in der Mannschaft haben, die auch in der Lage sind, mal klare Ansagen zu machen, die, das könnte tatsächlich so ein bisschen der schwierige Punkt sein, die sich auch nicht da verscheuen, dem Schiedsrichter mal ins Gesicht zu brüllen. Also von daher für mich eine rundherum gelungene Wahl. Ja, sehe ich genauso. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so unfassbar naheliegend. Ich hatte schon eher an Potenzial andere Leute gedacht, eben wegen der Thematik, die Dennis angesprochen hat, wie viele viele Spiele kann er machen. Aber es ist natürlich so, er kommt aus der Region, er ist ein hessischer Bub, er hat diese Verwurzelung, ist insgesamt genommen wahrscheinlich mit am längsten bei der Frankfurter Eintracht. Es passen viele Bausteine, die sagen, die nicht ganz so gut passen, weil wir nicht wissen, wie viele Spiele er macht. Das ist ein Punkt. Andererseits war das ja auch zuvor immer mal bei Hasebe dann auch kein Problem. Ich glaube, die Gesamtkombination von diesen mehreren Spielern, die da jetzt im Raum stehen und die jetzt eigentlich alle, so sag ich mal, dieses Führungsamt haben können, ich glaube, da sind wir gut besetzt. Und ich glaube, das passt auch. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass natürlich Hinti ein paar Spiele machen wird, fand es aber auch klasse, dass er sich so wohlwollend und positiv gegenüber Seppelrode, der wirklich ein, ja, wie soll ich sagen, ein Einer der Faktor innerhalb der Mannschaft sein muss, ja, ausgesprochen hat. Insofern, ich nehme das, da gibt es keine Diskussion, das ist super. Für Glasner ist es, glaube ich, wichtig, ein Sprachrohr zu haben. Wir wissen Seppelrode, der auch mal rausgehen kann aus sich, der auch mal ein bisschen wilder sein kann. Aber trotzdem relativ cool kam, collected ist und dementsprechend mit dem Schiedsrichter das eine oder andere ausmachen kann. Ja, das ist so, glaube ich, sehr richtig. Ja, und dann können wir schon gleich ein bisschen nach vorne gucken, weil dann kommt ja am Wochenende, genauer gesagt am Sonntag 15.30 Uhr, wenn ich das richtig abgespeichert habe in meinem Kopf, das erste Pflichtspiel der Saison im DFB-Pokal auswärts gegen Mannheim. Und dann ist ja gleich schon die Frage, ob Rode dort die Kapitänsbinde tragen kann. Er war ja auch die Tage jetzt ein bisschen angeschlagen, ist, glaube ich, seit heute auch aber wieder im Mannschaftstraining unterwegs. Also durchaus gute Chancen. Wer definitiv nicht dabei sein wird am Wochenende, ist Kostic, der ja immer noch diese Rotsperre aus der Pokalsaison 19-20. Ist das richtig? Ich glaube, ja. Ja, kommt hin, ja. Und so weiter noch keine Impfung bekommen hatte. Und wenn ich das so richtig im Kopf habe, natürlich jetzt durch diesen positiven Test auch erstmal keine bekommen wird, weil da ja irgendwie ein Abstand von vier oder sechs Monaten dazwischen sein muss, irgendwie sowas. Ich glaube, das hat sich ja auch geändert. Okay. Aber er wird definitiv am Wochenende auch nicht dabei sein. Aber wir haben ja einen relativ breiten Kader. Und bevor wir gleich auf die Aufstellung kommen, stelle ich euch die einfache Frage. Easy oder nicht easy, Marvin? Die Aufstellung oder das Spiel? Das Spiel. Na gut, das letzte Spiel ist mit 5 zu 3 gewonnen worden, nachdem wir ja 0 zu 2, 1 auf den Sack bekommen haben. Und dann kam Kamada, hat uns dann ein bisschen wieder zurückgeholt. Also es wird kein einfaches Spiel. Ich glaube, was mich auf jeden Fall freut, ist die Tatsache, dass wir Stand jetzt zumindest einige Auswärtsfans haben. Das heißt, für diesen kleinen Klassiker aus umliegenden Gebieten könnte das auf jeden Fall ganz schön werden. Ich glaube, es wird nicht einfach. Aber was mir ganz gut oder Mut macht, ist die Tatsache, dass wir jetzt ja doch mit einer relativ gleichen Formation ein paar Mal jetzt schon wieder zusammengespielt haben. Tutor, Hinteregger und Dika, die kennen sich auch aus der vergangenen Saison. Und wenn das dann erstmal so zusammenbleibt, auch mit einem Trapp, der nach einer kleinen Schwächephase gegen Straßburg ja gezeigt hat, dass er auch voll bei der Sache ist. Und mit einem neuen Koster auf der rechts, oder auch neuen, da Koster, also wirklich neu ist er nicht, aber er ist wieder da und neu in Fahrt gekommen. Das hat man deutlich gemerkt. Da sehe ich sehr, sehr viel Positives. Und wie gesagt, Christoph Valenz ist dann auf der linken Seite. Ich tut mir leid, ich gehe das jetzt schon so ein bisschen gedanklich durch. Man merkt es, ja. Vielleicht, ja, die Frage ist, was passiert halt im defensiven Mittelfeld. Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass So spielt. Und was meint ihr, Rode oder Hasebe? Ja, wie ihr gesagt habt, Rode ist ja heute erst wieder ins Training eingestiegen. Glaube ich, könnte tatsächlich ein bisschen zu früh sein, wenn du auch nichts riskieren willst bezüglich dann Bundesliga-Start. Also ich könnte mir vorstellen, wir starten mit Hasebe. Machst du halt auch nichts verkehrt. Das ist ja der große Vorteil. Wir reden über das defensiven Mittelfeld und wir sehen, welche Optionen wir dazu haben. Und natürlich ist ein Hasebe mit 37 Jahren vielleicht irgendwann mal an seinem Leistungsende angelangt. Aber René, das geht und geht immer weiter. Ja, also Hasebe, absolutes Monster nach wie vor. Was der mit 37 darunter reißt, ich meine, ich bin jetzt nur zwei Jahre älter, aber wahrscheinlich, wenn ich halb so alt wäre, hätte ich schon diese Strecke oder diese Menge an Metern da auf dem Platz nicht geschafft. Also nach wie vor ganz, ganz großen Respekt für diesen Mann. Ich glaube tatsächlich, du machst da nicht viel falsch, wenn du ihn spielen lässt. Und wir haben ja jetzt auch nicht den absoluten Druck, dass, ich sag schon, dass Rode da jetzt wirklich spielen muss. Klar ist es Pokalspiel und es ist das erste Pflichtspiel der Saison und das wäre natürlich auch geil, wenn der neue Kapitän dann direkt auf dem Platz steht. Auf der anderen Seite, vor einem Heimpublikum hätte das wahrscheinlich auch nochmal eine ganz andere Auswirkung. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass Hasebe jetzt erstmal da die Wahl ist, weil man da jetzt vielleicht auch kein absolutes Risiko eingehen muss. Und von daher wäre das für mich eine logische Konsequenz oder eine logische Schlussfolgerung. Ja, genau. Und wie geht es dann weiter? Also, halten wir nochmal fest. Trapp, Hinteregger, Indica, Tutor, Lenz auf links, Dacosta wahrscheinlich auf rechts. Der hat jetzt einfach auch am Wochenende gezeigt, wie unfassbar motiviert der ist. In der Mitte hatten wir jetzt gesagt, Zou und Hasebe. Aber du hast gerade gesagt, Dacosta will ich ja wirklich nochmal hervorheben. Auch in der ersten Halbzeit wirklich ein Wirbelwind gewesen, hat richtig Lust gehabt, ist ja dann in der Halbzeit ausgewechselt worden für Turm, der nochmal gesehen werden sollte. Aber Dacosta hat mir große Freude gemacht, war auch, wie gesagt, mitbeteiligt an der Entstehung zum 1 zu 0. Ja, und da vorne Kamada und Barkok oder wer? Also, von meiner Seite aus Kamada gerne. Barkok, glaube ich, vielleicht ersetzen durch Younes. Also, in der normalen Konstellation hätte ich gesagt Kamada und Younes. Jetzt ist es ja so, dass bei Younes ja auch die Gerüchtelage dann nochmal so ein bisschen hochgekocht ist, dass er da jetzt vielleicht irgendwie nach Saudi-Arabien oder irgendwas geht. Das ist natürlich dann jetzt auch die Frage, wie fix dann diese Thematik ist und ob du dann nicht tatsächlich das dann auch nutzt für jemanden, den du halt im Kader behältst, um Spielpraxis zu bekommen. Das ist jetzt so ein bisschen dieses Fragezeichen, was ich da halt hinten dran sehe. Okay, ich verstehe, was du meinst, dass du das Spiel wirklich ein bisschen Spielzeit bereitstellst. Aber ich glaube tatsächlich, das ist ein K.O.-Spiel. Du solltest hier gucken, dass du mit der besten, in Anführungszeichen, besten Mannschaft gehst. Und da muss ich sagen, ist für mich momentan einfach Younes doch einen Schritt weiter vorne. Und ich hoffe auch, dass er bleibt, davon mal abgesehen. Das hoffe ich auch. Aber die Frage ist ja immer, wie weit sind diese Verhandlungen, wenn du jetzt irgendwie kurz vor einem Vertragsabschluss stehst und es vielleicht sogar irgendwie noch, sagen wir mal, auch geldtechnisch um ein bisschen was geht. Wir wissen ja auch nicht, wie die Modalitäten da sind, weil nach wie vor ist er ja erstmal nur ausgeliehen. Also ist ja auch die Frage, inwieweit wir da irgendwie involviert sind. Gehst du vielleicht ja auch kein Risiko oder irgendwas ein? Und ja, Barkon ist jetzt… Aber wenn der Kopf auch nicht frei ist und die Unzufriedenheit ist da, dann bringt es auch nichts. Dann bringt ja das in einem K.O.-Spiel halt auch nichts. Lindström ist aus meiner Sicht keine Alternative, weil der ja auch nach wie vor noch zumindestens mal angeschlagen ist. Der ist heute ins Mannschaftsreding zusammen mit Rode wieder eingestiegen, glaube ich. Ja, ich sehe es, ja, ich verstehe euch. Ich glaube, wir müssen dieses Gerücht mit Junos auch zwar im Blick halten und da passiert viel, man muss aber auch sagen, er hat jetzt beim Testspiel gespielt, er ist beim Training dabei. Anders als andere, die dementsprechend, wie Dennis das ja vorhin auch angesprochen hat, dass Ackmann dann freigestellt wurde, das ist bei Junos nicht der Fall. Er ist der fleißigste Spieler im Training, der hat Bock, der spielt in kleinen Räumen gerne mit seinen anderen Mitspielern. Also die Sache ist so, dass ich eigentlich sehe, dass hier ein Spieler auf dem Feld ist, der sehr, sehr viel Laune hat. Dementsprechend, let's go for it. Wenn er fit ist, gibt es für mich erstmal keinen Grund, ihn nicht spielen zu lassen. Ja, und dann Kamada führt eigentlich auch keinen Weg dran vorbei, hat ja auch am Wochenende gegen Sondayen dann den Elfmeter rausgeholt, nach übrigens einem genialen Pass in den freien Raum von Sos, möchte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen. Also der ist auch klar und wir hatten gerade eben schon über Boree gesprochen, der ist gerade so hoch motiviert und steht so dermaßen im Saft. Also da wärst du ja wirklich mit allem irgendwie verkloppt worden, wenn du den nicht spielen lassen würdest an der Stelle. Das stimmt und ich glaube auch Ache steht noch gar nicht zur Verfügung oder ich weiß es gar nicht. Nein, der ist noch leicht, der ist glaube ich auch angeschlagen aus dem Olympia-Ding da zurückgekommen. Also ich glaube, der ist tatsächlich noch nicht so richtig fit an der Stelle. Deshalb, da bleibt dir fast vorne auch wenig, wenig Optionen. Paciencia haben wir ja schon drüber gesprochen. Also Boree hat eine supergeile Leistung gezeigt und wenn er das irgendwie auf den Platz bringen kann, auch am Sonntag, dann wird es da eh schwierig, auch für Nachverpflichtungen jetzt definitiv an dem Jungen vorbeizukommen. Wer jetzt hier natürlich komplett runtergefallen ist, ist wie der Zuber, der ja, wo wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen haben, eine gigantische EM gespielt hat. Aber es fehlt so ein bisschen die Position hier im System. Ja, wäre halt dann irgendwie so als Wechsel für Lenz oder je nachdem, wie das Spiel halt geht, dann vielleicht auch eher so ein bisschen in der Mitte, wenn du da vielleicht nochmal einen Auswahl wechseln willst. Ja, der hat eine geile EM gespielt und ich fände es auch okay, wenn er spielt. Auf der anderen Seite hat er natürlich dann auch im Vergleich zu einem Lenz dann wesentlich weniger Pause dann halt auch machen können, weil er halt eben noch Spiele und so weiter hatte. Also von daher kannst du das glaube ich an der Stelle schon noch verargumentieren. Da habt ihr auch nichts zu Wechselgerüchten gehört, oder? Bei Zuber? Da hat es mich gewundert, ja, bei Zuber, genau. Also ich habe nichts wahrgenommen, ich weiß nicht, Marvin, hast du irgendwas mitgekriegt? Wie gesagt, es gab nur klose Gerüchte, aber wir gucken mal. Also wie gesagt, da passiert noch viel, wir haben ja auch fast noch einen Monat. So richtig kalt ist nix. Ich kann mir schon vorstellen, dass da noch was passiert. Es gab so ein bisschen Interesse, glaube ich, aus Russland, aber lasst uns das mal abwarten. Und solange er ein Teil der Eintracht ist, kann ich mir vorstellen, dass, wenn der das einigermaßen wiederholen kann, was der da Wunderbares gezeigt hat bei der Europameisterschaft, dann kann er ein Gewinn für uns sein. Die Frage ist halt, auf welcher Position, weil die ist ja eigentlich gut genug besetzt, jetzt auch mit Lenz. Ja, muss man abwarten. Und Kostic halt auch bleibt, ist dann halt auch wieder die Frage, wie viel Spielpraxis möchte er an dieser Stelle halt auch haben. So. Aber wir gucken mal. Ich glaube, das nehmen wir einfach mal mit für die Zukunft. Wichtig ist, dass jetzt erst mal das Wochenende, dass es da einen Sieg gibt und mit einem ersten Pflichtspielerfolg Glasner auch in seine neue Zeit hier startet. Ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig. Was denkt ihr denn? Was wird so das Ergebnis eurer Wahl? Also, René willst du zuerst, ja? Ich bin noch ein bisschen am Überlegen. Das letzte Spiel war ja sehr deutlich, Marvin, du hattest es ja vorhin gesagt. Es sind Fans erlaubt, es sind ja auch Auswärts-Fans erlaubt, ne? Yes. Also, ich bin mal ganz, ganz hoch motiviert und glaube tatsächlich, dass wir zu Null spielen und Tore machen. Ich hätte jetzt gesagt, die Eintracht gewinnt da 3-0. Super. Dennis? Ja, also gehe ich fast mit. Ich glaube aber, dass wir hinten auch wieder so ein Dusselding fangen. Ein 3-1, sage ich. Sehr gut. Warum? Wir haben doch den weltbesten Torhüter Kevin Trapp da hinten drinstehen. Das stimmt, ja. Aber Marvin hat schon gesagt, das war natürlich, das letzte Aufeinandetreffen war ein bisschen grauenvoll. Nicht, dass das dann doch wieder in den Köpfen hängt. Ist ja manchmal so. Aber ich denke, die Klasse der Mannschaft wird sich durchsetzen. Wir sind ja jetzt die Aufstellung durchgegangen. Am Ende gewinnen wir hoffentlich. Und dann wäre ich auf jeden Fall auch mit drei Toren auswärts sehr zufrieden. Und ich sage auch mal 3-2. Wird knapp, aber irgendwie wird viele Tore geben. Ihr wisst, dass ich noch nicht hundertprozentig d'accord bin, wenn es darum geht, dass wir mit dieser Innenverteidigung dienen, natürlich gut ist. Aber ich brauche noch den einen oder anderen Backup so grundsätzlich. Mal gucken. Das wollte ich einfach nur noch dazu sagen. Jetzt bin ich ja fast ein wenig verwirrt. Aber ich glaube, es wird ein 3-2. Muss sich alles erst ein bisschen stabilisieren. Aber wir kommen weiter. Da ist es am Ende das Wichtigste. So ist es. Habe ich das eigentlich richtig in meinem Kopf abgespeichert? Das Spiel gegen Waldorf im Pokal in der letzten Saison war auch das letzte von Rebic, ne? Im DFB-Pokal meinst du? Das ist eine gute Frage. Achso, nee. Du meinst, ja. Vor dem Wechsel, ne? Habe ich das richtig im Kopf abgespeichert? Oder hat er danach in der Liga nochmal gespielt? Nee, der hat in der Euroleague gespielt. Und zwar war das das brutale Spiel gegen Strasbourg. Das Heimspiel gegen Strasbourg. Ja, ja, ja. Wo er grandioses Spiel gemacht hat und dann auch eine rote Karte gesehen hat. Stimmt. Also, he went away with a bang. Ja, gut. Aber das war ja in dem Spiel ja jetzt auch schon nicht so verkehrt mit drei Toren in, was waren es, 15 Minuten um den Dreh? Ja. Also, auch schon. Erinnerungen, sie bleiben. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir die kurze Sendung fast geschafft. Wir haben ja noch ganz schnell zum Abschluss, Marvin, wir haben dir deine Empfehlung letzte Woche aufgehoben. Ach, wie schön. Weil wir dazu nicht sagen wollten. Von daher, Last Take in dieser Folge für dich. Empfehle was. Ach, super. Das ist doch ganz cool. Ja, und zwar kann ich euch, der eine oder andere, der es noch nicht gesehen hat, beziehungsweise gehört hat, den Podcast, den Cui Bono Podcast. Da geht es im Endeffekt darum, what the fuck happened to Ken Jebsen, der eine oder andere Martin Kennen, Verschwörungsmythologe, um es mal so zu sagen. Mythologe? Ja, ein bisschen umständlich von mir ausgerückt, aber im Endeffekt jemand, der, ja, jahrelang, lange Zeit als einer der innovativsten Menschen gefeiert wurde, die es im Radiobusiness gab, irgendwann leider eine falsche Abzweigung genommen hat und dann komplett, ja, im Verschwörungsbusiness Fuß gefasst hat, aber das Ganze mal zu skizzieren, auch die Gefahren dahinter zu skizzieren, aber gleichzeitig auch klarzumachen, warum da einige Leute so reingleiten und was halt trotzdem auch die Besonderheit ist und aber auch die Gefahren beispielsweise von YouTube, die jeder, der sich mit YouTube enger auseinandersetzt, dann auch wirklich sieht, mal ein bisschen klarer zu ziehen, dem kann ich nur diesen Cui Bono Podcast wirklich empfehlen. Das ist ein toller, toller Podcast, gibt es unter anderem in der ID Audiothek und wenn ihr schon dabei seid, dann hört ihr auch nochmal ein Zeitverspecken rein, da werden wir am Wochenende unsere vorerst letzte Folge droppen zum Thema Bundestagswahl, was haben wir zu erwarten in Sachen Fake News, was haben wir zu erwarten in Sachen gezielte Empörungen, gezielte, gelenkte Social Media Kampagnen, also da reden wir mit einer Expertin drüber, ich glaube, das dürfte auch relativ spannend werden. Also, wenn ihr euch ein bisschen dahingehend unterhalten lassen wollt, dann tut das doch gerne. Hervorragend, dann würde ich sagen, passt das auch sehr gut dazu, dass wir ja in der heutigen Folge oder in der dieswöchigen Ausgabe ein bisschen kürzer geworden sind, weil die Zeit dann doch ein bisschen knapp war. Dann habt ihr hier noch zwei Alternativen von Marvin genannt bekommen, die ihr natürlich dann wunderbar hören könnt, wenn ihr jetzt hier gleich mit dieser Folge durch seid und das ja alle schon Fußball 2000 geguckt hat, ist sowieso vollkommen klar, von daher könnt ihr dann da nochmal hingehen und dann würde ich sagen. Was wir, aber ganz kurz René, eine kleine Empfehlung haben wir ja eigentlich noch. Ja. Ihr könnt euch schon mal das Hinti-Buch vorbestellen. Ich glaube, es kommt ja erst am 11. raus, aber die Geschichten, die darin abgehandelt werden, sind auf jeden Fall ja offensichtlich sehr, 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 sehr unterhaltenswert. Genau, das hilft euch jetzt nicht in dieser Woche, aber das hilft euch natürlich in der Zukunft und jetzt mal Hand aufs Herz. Du kannst es ja nur vorbestellen. Moment, ich glaube, am 11. wird es erst veröffentlicht offiziell, aber auch in der nächsten Woche können wir es noch nicht richtig. Genau, aber wenn ihr es vorbestellt, dann kriegt ihr es ja schon vor dem Erscheinungsdatum, so war ja die Ankündigung. Habt ihr es schon bestellt? Ich habe es tatsächlich noch nicht bestellt, aber ich werde es hier nach dieser Sendung sicherlich tun. Du hast es schon bestellt. Ja, natürlich. Ich warte auf eure Rezensionen und gucke dann gespannt, was wir vorliegen. Du willst doch nur warten, bis Basti irgendwelche Rezensionsexemplare hat und dass er nichts bezahlen muss. So eine Nummer ist das hier doch, ne? Nee, eigentlich warte ich aufs Audiobook. Ja, ja, sehr gut, sehr gut. Ich dachte, du liest das dann wenigstens ein, jetzt wo du hier Moderatorenkarriere anstrebst. Alter, wenn ich Dinge einlese, dann wird es, glaube ich, nicht so nice. Für den Podcast machen wir das hier, Marvin. Genau. Das ist eine Sonderstaffel. Aha. Wir lesen. Auszüge vielleicht. Wir lesen, genau, wir machen den Kollegen hier von 93 Konkurrenz, jetzt fangen wir an, Bücher zu lesen. Aber wir dichten auch Dinge hinzu. Ja. Sehr gut, gefällt mir. Sehr schön. Also von daher, Hinti-Buch vorbestellen ist, glaube ich, ein absoluter No-Brainer. Wer das noch nicht getan hat, der fühle sich hiermit ermahnt, der oder diejenige muss das unbedingt tun. Das hilft euch dann nach dem 11.8., wenn es erschienen ist, dann könnt ihr nicht nur Hinti am Wochenende sehen, sondern auch Hinti unter der Woche lesen. Kann man so sagen. Ja, egal. So. Jetzt aber wirklich Schluss für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank vor allen Dingen auch, dass ihr uns hier regelmäßig unterstützt. Vielen Dank, dass ihr vielleicht live zugehört habt, wenn ihr nicht wisst, wie ihr live zuhören könnt, uns unterstützen könnt oder wo ihr die Links zu den Sendungen findet, dann schaut ihr mal auf eintracht-podcast.de. Dort in die aktuelle Folge, das ist die 442. Da findet ihr alle Links und alles, was ihr wissen müsst. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Viel Spaß am Wochenende beim ersten Pflichtspiel der Eintracht. Viel Spaß allen denen, die sogar auswärts vielleicht live dabei sind. Und dann werden wir uns in der nächsten Woche mit einem Rückblick auf dieses Spiel beschäftigen und mit einem Ausblick auf das erste Bundesligaspiel gegen den BVB als Topspiel am Samstagabend. Bis dahin, macht's gut! 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 Vielen Dank.